Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 23. August, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Provision. So viel verdienen Versicherungsvermittler. Ein Drittel der Versicherungsvermittler, 36,7%, hat einen Jahresgewinn vor Steuern von 50.000 bis 99.999 Euro. Dagegen erzielt ein Fünftel, 19,3%, einen Jahresgewinn von weniger als 50.000 Euro, wobei aus dieser Gruppe 6,5% sogar nur maximal 29.999 Euro erreichen. Zu den Topverdienern ab 200.000 Euro Jahresgewinn zählen immerhin 14,5% der Teilnehmer. Im Durchschnitt lag der Gewinn bei 103.700 Euro im Jahr. Das geht aus der aktuellen BVK-Strukturanalyse hervor. BaFin konkretisiert Weiterbildungspflicht für Versicherungsvermittler. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat die Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht für Versicherungsvermittler überarbeitet. Unter anderem hebt die Behörde noch einmal besonders hervor, dass die wahrgenommenen Weiterbildungsangebote einen versicherungsfachlichen Bezug aufweisen müssen. Weiterbildungen zum Thema Finanzanlagen, Immobiliendarlehen und Bausparen werden beispielsweise nicht anerkannt. Eingeschränkt wurde der Personenkreis, der sich weiterbilden muss. Während sich Führungskräfte im Versicherungsvertrieb weiterbilden müssen, haben beispielsweise Kfz-Sachverständige keine Weiterbildungspflicht. Sie gehören zu den Personen, die keine Versicherungsvertriebstätigkeit ausüben. Allianz Industrieversicherer bekommt neuen Vertriebsleiter Die Allianz Commercial hat einen neuen Vertriebsleiter für den Londoner Markt vorgestellt. Alistair Warren Upham soll mit Wirkung zum 1. September die Rolle des Head of Distribution übernehmen. In der neu geschaffenen Rolle soll er die Verantwortung für die Vertriebsteams sowie als Ansprechpartner in verschiedenen Segmenten fungieren. Polizendirekt erweitert das Team in Augsburg Mit der Mehrfinanz24 GmbH aus Westendorf hat die Polizendirekt-Marktergruppe rückwirkend zum 1. Januar 2023 einen weiteren Markler für den Aufbau ihrer mittelständischen Marktergruppe gewonnen. Das gesamte Team wird übernommen und den Standort der Sekura Gumb AG in Augsburg verstärken. Der Geschäftsführer Markus Eckstein soll zum anstehenden Jahreswechsel in den Vorstand der Sekura Gumb AG berufen werden und künftig mit dem aktuellen Vorstand den Standort leiten. Für die Kunden der Mehrfinanz24 GmbH ändert sich dabei fast nichts. Kontinentale bewertet Risiken neu Die Kontinentale Lebensversicherung hat die Risiken für Akademiker und Ärzte innerhalb der Berufs- und Fähigkeitsversicherung neu bewertet. Einhergehend damit sollen für rund 700 Berufe die Beiträge im Durchschnitt um 20% sinken. Teurer soll es denn dies für niemanden werden. Die Bayerische wird Risikoträger für Sonderkonzept von German BrokerNet Der Marklerpool German BrokerNet AG erweitert das Angebot im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Künftig sollen die Bayerische als neue Risikoträger für das BU-Sonderkonzept solitär exklusiv auftreten. Dadurch sollen GbNet Partner-Makler erstmals auch eine Lösung innerhalb des Markler-Rahmenvertrags erhalten, die der Kundengruppe öffentlicher Dienst gerecht wird. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 23. August, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision.